Das wenn ja hier das von dir wünscht, wie ich dir mal erklär, wie man anständiger Pfeife stopft. Also hier ist so ein Dingensnach, Holz, ein wenig Plastik. Das Wichtige ist, hier gibt es zwei Kappen drauf, einmal die Keramik, einmal Plastik. Das Wichtige ist, dass Keramik kommt rein ins Mundstück, Plastik rein ins Holz. So, Keramik, Plastik. Wichtig ist noch, dass man in der Pfeife davor ordentlich Ladakir gequatzt hat. Da hat der Tabak nämlich auch noch schöne Beinode bekommen. Da hat deswegen auch Plastik da. Das sorgt für das spezielle Aroma hinterher. Dann nimmt man da so hier so einen Tabak, den man gerade irgendwie zur Hand hat. Dann greift da mal ordentlich an den Bauch, dann nimmt da mal so... So, Päckchen von. Dann drückt das ordentlich fest an die Pfeife. Willst ja was vom Rauchen haben, ne? Nicht nur so zwei Minuten schnell mal was weggefallen, sondern soll ja Genuss sein, ne? Dann noch so Päckchen. Dann probelst das da ordentlich fest nahe. Immer nahe mit dem Zeug. Weil wir sind ja Genussmenschen, ne? Und wollen ja nicht nur zwei Minuten was haben. Da kannst du ja Kippe anzünden, ne? Ah, da geht noch was. Stopfst das da nahe ordentlich. Viel Nachdruck. Wenn du jetzt siehst da oben, da passt noch ein bisschen was rein. Nimmst du mal so ein paar Krümmerle hier. Und alles drauf mit dem Material. Immer schön nachdrücken, ne? Wichtig. Und auch zur Qualitätskontrolle, ob du richtig gestopft hast, die Zugprobe. Aber wenn du den Kammer noch ziehen kannst. Ja, alles richtig. Weil nämlich, wenn du ja nur locker stopfst und immer gut ziehen kannst. Dann quatscht ja einfach nur das Ding. Du willst ja nicht. Bist ja Genussmensch. Von daher schön ordentlich nachdrücken, dass der Zug schwer ist. Dann hast du ja was von der Pfeife. Nicht nur ja so zwei Minuten, das Kippe, ne? Rentiert sich kaum noch ein Filter in die Kammer zu stopfen. Er merkt, der Widerstand ist gut. Kann kaum noch ziehen. Ja, das passt. Also, Dennis, viel Spaß. Wenn ja beim Pfeife rauchen, ne? Lass dir ja schmecken. Und vergesst da vorne in der Pfeife schon Ladakia. Ne? Hier war Ton. Da war Plastik. Wichtige Sache. Viel Spaß dir. Tschau.